Hallo! Machen wir jetzt eigentlich wieder abwechseln und aufnehmen und so? Lass beide aufnehmen. Mit beiden Sichten. So dann, ich bastel weiter an der... Ei. Wir können... Machst du den Keller weiter, dann mach ich... Der Blick auf hier, liegt hier? Warum? Warum leckt das jetzt wieder? Schon wieder nur bei 11! Hä? Bei mir leckt's nicht? Ich hab 20! Egal, ich komme mich jetzt mal weiter um den Tunnel zu uns. Also, es leckt nicht. Ich darf er nicht mehr. Ich glaube, ich muss mal versuchen mit Dings aufzunehmen. Mit Fraps. Bleib'n Idee. Tasia kann ein bisschen bei mir ab. Aber egal, ich lass' es jetzt erst mal. 13 FPS, 11, 14. 3 FPS, 11, 14. Der Tunnel steht! Zu uns! Joach! Gut, ruhig. Glasfaser Klampe! Du müsstest dir denn noch dein... Ähm... ... Table holen, ne? Echt's mir mal im alten Haus. Kannst du ihn bitte machen? OK. wenn du willst auch gleich eine spitzhacke er geht halt gleich kaputt jeden ein blick weiter kurz ich bin glatt bei dir vorbei so hier hinter dir fix in der rote danke ok jetzt keine mehr nein wir haben zu wenig kabel du musst noch ein paar diamanten verbrauchen oder wie aber wir haben ja gold ja von medium stone hast du ja hab ich von mir gelernt so ich hab dir das letzte mal gesagt von dir kann man nix lernen das stimmt nicht hat deine oma damals auch gesagt hm glaub ich der user entered your channel was? äh was? warum? hä? ach Nils warum? Nils ehrlich wenn ich mit uns reden wollen schlimm fack scheiß drauf kommt der rein und redet noch nicht mal jetzt kommt ein ne ich guck da jetzt nicht drauf wir sind in der Aufnahme du Affe alter hier kommt nichts großartig ja ich glaub ich hab ne Message bekommen du ja habt ihr beide ja ja haben wir aber wir sind in der Aufnahme das weißt du ja ihr von der Service der Auge deswegen dachte ich es ja das ist dann irgendwie die ganze Zeit geleckt ja wegen irgendeiner Fabrik und so hat halt der ich weiß warum es leckt ich weiß schon warum es leckt 140% auslastung hatte der nitratrufserver ich weiß auch warum das ist der Grund durch eine Maschine die ja Tim gebaut hat die Cobblestone Fabrik ja genau die haben wir auch glaub ich abgestellt ja so eben ist egal weil wir haben so viele Cobblestone wir brauchen ja Kupfer oder so deswegen kann man die auch bitte mal ausschalten und nicht komplett durchlaufen lassen das ist echt schlimm das müsst ihr manchmal Tim sagen weil ich bin ja so am Craften für ok dann zeig ich das Tim nochmal ja aber das ist halt trotzdem übelst schlimm weil ihr habt da wirklich ewig viele normale Doppelkisten voll dann habt ihr ne Black Hole Chest mit 1400 Seiten voll mit Cobblestone das ist 1000 da müsst ihr mal die ganze sehen was wir bei Fabian ins Haus reingespampt haben was wollte er sein Haus ist wär auch mal cool einfach so 1000 Seiten in ein Haus einfach so als Items rein rein droppen lassen so weit das bei euch auch gemacht ja und so was ist auch ganz schön voll damit ja mit Fisch mit mit Kabel achso ja das sind der Minium Stone musst du haben den hab ich nicht mehr wo ist denn ich glaub ganz ehrlich so langsam dass irgendjemand nur so Minium Stones klaut der ist weg von wieder stehnt der schon wieder oder ob die los ist hm 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 nils ja ok wollte nur wissen ob du noch da bist äh wo ist der Minium Stone leckt es bei dir auch so ab und zu manchmal ja weil ich lauf hier eigentlich komplett die komplette Zeit lang mit ähm mit 10 Frames rum und ich weiß nicht warum ohne Aufnahme nur 30 also ich hab 22 ja aber ohne Aufnahme hab ich 30 mit Aufnahme hab ich 10 ja aber eben die Lampe die ihr reinkriegt habt diese blinkende nicht abbauen die ist nämlich für das AKW jo also falls irgendwas los ist dass ihr auch ein Signal kriegt ok haus erstmal angucken die habt ihr ja schon fertig verkabelt hab ich gesehen ja so unten muss noch pass die ganze Strom Ding anmach aber der Rest dann muss ich eigentlich nur noch die Sachen fertig craften dann haben wir es eigentlich am Start ok guck ich weiß dass Passi bei unseren ersten Aufnahmen die Nuke gezündet hat ich hab's bei mir auf Video ich hab's auch auf Video dass Passi mir mal scheiße gebaut hat ja ne aber ich hab's auf Video dass er eine Nuke gibt dass er die die Nuke gezündet hat aufm Vulkan ja ist doch jetzt egal doch auch ich stand neben denen als es passiert ist ja ich hab's Video beweist der hat das in der Hand warum macht das hier eigentlich sowas ja der hat äh einfach glaube ich Langeweile weil er auch wo auch Tim aber komm mir das Haus angucken das hab ich gestern alles noch gebaut da oben oder was das ganze hab ich jetzt noch also nicht sagen dass ich es gezeigt habe schon aber hier komm mal mit hoch alles hinten drinne alles jetzt gestern noch abend gebaut cool und wir können jetzt sogar hier einfach nach unten kommen das hab ich vorher schon gesehen gehabt ach und wenn ihr ein ME System braucht sagt wahrscheinlich schließt es euch dann an was für ein Ding? ME System das System was wir hinten haben weiss ich doch nicht was ihr da hinten habt ja komm rein guck's dir auch an das ist ein ME System der Computer ne danke passt schon sieht cool aus ah können wir machen ja aber wir haben übelst viel Uranium in unserem Keller ist schon das dritte Ohr was ich gefunden hab ich gebe den Keller komm bitte also wir haben nur durch Keller abforschen ähm 487 Dinger jo also Keller ist auf jeden Fall immer was drin ich hab schon mal ne Zuleitung vom AKW in unser Haus gelegt gehabt jo also über Glasfaser Mo Mo jo wenn du runter im Keller kommst ich hab den jetzt durch diese komischen ähm black schwarzen Steine da hab ich die jetzt erstmal beleuchtet den Keller du meinst Farback of reality ja ähm irgend sowas alter 2 FPS hatte ich grad eben ey wir haben alles außer scheiß Kupfer ja für das AKW ich hab alles was wir brauchen nur dieses scheiß denn das Kupfer fehlt mir wo ich eigentlich ein Z eingespeichert habe dass das nachbauen kann ich kann ja mal gucken ob wir auch noch ein bisschen Kupfer haben wie viel brauchst du denn denn Kupfer ja äh ich kann gleich mal nachgucken ähm Gerät aber ich muss erstmal gucken warum es mein Rezept nicht funktioniert was ich eingebaut habe das ist ja das scheiß ich hab ja extra mit Juju Meta gemacht was wir Kupfer machen können aber Kupfer das aber das funktioniert grad irgendwie nicht wir haben wir haben 32 mit Juju Meta ähm achso ja ähm Copper Dust wir haben 19k Juju Meta 19.000 kranker Scheiß ähm hey ähm wir haben theoretisch jetzt äh 32 Copper Dust muss halt nur noch brennen 9 Copper Dunkles und ja warte wenn der Copper Dust braucht das haben wir quasi 48 glänzendes Copper haben wir auch noch und dann haben wir noch glaube ich 64 Ohr wir werden mal kurz gucken was hier Copper müssten wir ohne Hände da haben ja haben wir auch also Copper haben wir vier naja zwei drei Stacks ungefähr ne zwei Stacks so und ja ich geh jetzt erstmal kurz aufs Klo ok solange wird euch Momo unterhalten ja toll das bleibt alles an mir hängen oder was ja natürlich ach es ist jetzt besser mit euch zu quatschen als allein aufzunehmen und niemand zum reden zu haben ja da hast du recht ja und das beste ist ich und Tim machen heute sogar noch einen kleinen Livestream eh wann ja weiß also Tim hat mir noch keine Zeit durchgegeben aber der hat gesagt also ich habe ihn vorgeschlagen ja wie wäre es mit Livestream ja können wir machen ok ja wie viele Stunden habt ihr jetzt eigentlich schon gezockt bisher ja kann ich ich habe ihn nicht gemäht aber ich glaube wir sind schon sehr also schon sehr viel wüssten sie auch so wie euer Haus bisher aussieht ja alles Livestreams haben wir auch immer gemacht darüber also am meisten haben wir Livestreams gemacht da musst du erstmal noch hinterher kommen die alle anzugucken ja wir müssen dann also ich weiß nicht ob es Tim gemacht hat dass man auch dass er auch während Livestreams mit aufgenommen hat oder es irgendwie von dann vom Livestream von Twitch das Video immer rüber zieht aber ich spalten das weil wenn wir die ganzen Aufnahmen durchnehmen das sind schon Lüge nur am Bildmaterial von einem Tag 6 oder 3 Stunden ja das können wir ein Video weiter gehen dann mal einfach da geht doch brauchst du noch refined Iron? ne da haben wir Rezept und ein gespeichert das gemacht wird und refined Oranium ich mein Oranium also eigentlich alles eingespeichert alle Rezepte sind eingespeichert ne und ich habe sogar diese Wireless Dinger alles gemacht dass wir bis zu euer Haus kommen mit Erreichbarkeit cool also wenn du grad im Haus stehst kannst du ja sehen bis wohin wir anfordern können oh nein jetzt ist der wieder da oh nein jetzt ist der wieder da boah wir haben uns umgebaut hä 33 Dias äh ok hast du Gold verbrannt gemacht gut wie sonst ähm glaubst du nicht dass die also bis hierhin bis hierhin wir anfordern alles warte mal ich sortier das warte zwölf fps warte warte weg ist er was was nix passt ähm warte ich glaube ich weiter hast du den Keller schon gesehen äh nö muss ich mal runter warte kurz komm komm oh geil weil diese Steine beleuchten auch mhm halt cool ja es leckt halt ein bisschen bei mir aber okay reicht das so erstmal ja jetzt noch die Treppe unterkragen wobei was wir machen können weil ich hatte eigentlich den Keller vor das soll so die Werkstatt werden mhm dass wir da die ganzen Maschinen und alles haben guck kannst du das ja zu deinem Projekt machen okay richtest du die Werkstatt ein weil das hier oben ist nur so provisorisch das ja und unsere eigene alte Wohnung eigentlich voll geil ja wenn man fragt wie viel folgen von euch stand dieser ähm smaragd er hat's blocken in euer haustim und ihr habt ihn nicht abgebaut ähm zwei wochen insgesamt also ja den hab ich da hingestellt weil wir nicht Sachen brauchten und ich hab von euch dann halt diese eine Sache weggenommen und dann einfach so einen Block hingesetzt ja hab sie weggenommen ja und der Cobblestone war ja wie gesagt für 3 Lidohr ach so stand ja auch auf dem Schild drauf glaub ich hm das Schild steht bis heute da hab gar nichts gesehen da steht jetzt unter unter Naturschutz steht das Schild jetzt ja die alte Wohnung bei uns steht eh unter Cobblestone Schutz ja aber du musst dir sagen das reicht zu zeigen bei mir setzt es aber auch immer wieder die Steine hin die ich abbaue ja das hatte ich auch ich kann grad noch mal gucken beim Server das ist übelst nervig das ist momentan beim ui schön 160% CFU auslastung ja ich sag doch der Server ist am abkacken ich glaub ich muss den aber ich blick's nicht warum also ich glaub ich tu den heut morgen mal aufrüsten aber ganz ehrlich ich mich wundert das eigentlich gar nicht so weil so ne krasse Fabrik die die da gebaut haben das baut Leistung und vor allem die haben ja UUMETA komplett Tag und Nacht durchlaufen lassen wir machen es aber auch UUMETA mit fahren mit Geothermalturm ja euer Geothermalturm nützt ja eh nichts mehr momentan ja nether ist halt leer passiert also wir können eigentlich mit dem Server beset glücklich sein wir haben 32 kern amd octoron processor 30 kern boah teuer der Folge ist wenn wir jetzt ein tvtitch bitch ja ich habe dem YouTuber gesagt wenn du Livestreams machst schreib mir mal eine Nachricht jetzt mach das wirklich immer wenn du Livestream mache Mache Ich mache Livestream, nicht mal Livestream. Ich mach Livestream, machst du Livestream? Ich mach heute Livestream. Machst du heute Livestream? Ich mach heute Livestream, machst du heute Livestream? Ja, bei mir ist X-Bit immer noch kaputt, deswegen muss Tim aufnehmen. X-Bit? Ja, ich mache bei X-Bit das Twitch, die ganzen Livestreams, aber bei mir ist X-Bit kaputt. Mhm. Der letzte war ein Freund von mir, der war mal neben mir, ich war auf dem Server geraten. Der so, ach, hier will ich auch drauf mit ein kleines Judenhäuschen bauen. Ach, ne denn. Wenn er will, kann er? Also wir haben freie Plätze momentan. Ja, dann kann ich ihn gleich mal, wenn er, gleich mit einer Aufnahme mal anschreiben und frage, ob er immer noch möchte. Aber er hat es trotzdem gesagt, wenn er Scheiße baut, komm ich mit meiner Plasma-Hand und mach sein Haus den Erdboden wieder gleich. Ja, das ist deine Möglichkeit. Ja, also der hat, der hat gesagt, ja kannst ruhig machen, ich baue mal auf ein kleines Judenhäuschen in einem Riesenkeller, mehr nicht. Farschgeil, ey. Wo ist eigentlich unsere Weiberstimme hin? Was? Fabi meint ihr? Hä? Fabi meint's? Ja, hier ist glaube ich, wenn es noch mal nicht drin ist. Ne, 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 warte, wie ging das? Ich hab mir letztens meine Aufnahme angeguckt und dann war da so, der Server ist grad abgekackt, weil Sammy den Dings gesprengt hat, das Ding und ähm, dann kam ich auf einmal so mit ähm, 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 wo ist eigentlich unser kleines Mädchen hin? Und dann ähm, sagt irgendjemand so, ja echt Sammy? Ne. Wir haben ein Haus gefunden. Ja, also ja, ich glaub's euch nicht, was macht der Server? Passi tippe ich ihn, passi tippe uns zu ihm, der checkt nix. Ich hätt das nicht mal gedacht. Nein, der war glaub ich gar nicht okay. Ähm, äh, ja, ich hab jetzt eigentlich den Keller ein bisschen ausgekühlt, was soll ich jetzt machen? Ähm. Ähm. Genau, so geht's mir auch grad. Ähm. Also wenn ich passi oder so da ist, dann kann er unweiter die Kabel anschließen, weil da die ganzen MFSUs für die ganzen Batterien. Hm, wir haben jetzt eigentlich schon. Da kann der Sacker wenig angeschmissen werden, der erste Raum ist gleich mit den ganzen Heatvans bestückt. Wir haben jetzt eigentlich schon einen zweiten Part an hierfür. Also, zweiter Part ist zu Ende. Ich lad einfach komplett hoch. Kein Problem. Ähm. Sollen wir so machen, dass wir zum Beispiel die Playlist machen, ähm, aus Butch, also aus meiner Sicht und aus deiner Sicht, so getrennt? Und nicht so abwechselnd? Machen wir's einfach. Kann man beide Sichten sehen. Okay. Aber ähm, schicken wir mal Mo, oder schicken wir heute über, ähm, Skype mal noch eure Seite vom, äh, YouTube, weil ich finde euren Kanal immer noch nicht. Okay. Ja, wir haben aber ein bisschen zu machen. Wenn ich um TechTV eingebe, kommt irgendwie eine amerikanische Sendung dabei raus. Naja, die, das war früher. Ich kann dir grad mal in Skype kurz den, äh, nicht in Skype, in TS kurz den Link schicken. Ja gut, weil ich nämlich auch unter meinem Video die ganzen Leute darunter klemmen wollte. Oh, miss. So. Oh, den Link, au, hab ich's da eigentlich schon gesagt, wir haben eine eigene Website. Ich schick dir, warte, ich schick dir mal den Link. Wir können eine anonyme Website haben, die haben wir auch noch. Jetzt warte kurz. Über Russen haben wir die laufen, ich hab noch einen anonymen Server. Hier, geh du mal kurz auf den, also ich hab einen anonymen Server. Also geh du mal kurz auf den zweiten Link. Also geh du mal kurz auf den zweiten Link. Ich schick dir auf den, nein. Scheiß mal drauf. Ähm. Youtube. De. Slash. L. In der Lobby. Also ne, das war noch nie. Warum sind wir eigentlich in der, in der Lobby? So, komm ich dran. Weil einer in TS reinkommt, sind wir. Ich bin gerade kurz. Was? Channel switched. User was moved to your channel. So. Ähm. Hast du ja mal gar nichts mit dem Intro? Was ist mit dem Intro? Fünf Overclocker Heatvents, viermal noch danach hab ich. Ähm. Mit den Heatvents bestückt. Na gut. Aber kann's irgendwie sein, dass die Reaktoren bisher noch, gar nicht an die MFSUs angeschlossen sind? Das hat, war ja noch gesagt, Pasi hat die ganzen Kabel dafür. So stimmt. Hier unten sieht's ja auch echt lustig aus. Ja, das ist auch Tims Sicherheitsschaltung. Hey, hast du das Ausdruck gemacht, dass du da bei Kontakt einfach so, gib deine E-Mail-Adresse des jenes und danach kommt's, wandert's direkt in den Papierkorb? Bei mir ist einfach so, wenn ich, ich hab's einfach ausgesprochen, auf meinen Russen. Ich hab's einfach ausgesprochen, auf meinen Russen. Ich hasse, wenn die mich anschreiben, dass du sofort ins Spam-Ordner reingeht und den Spam-Ordner hab ich gemacht. Nach drei Tagen werden alle gelöscht. Also bei uns gibt's deine E-Mail, deine Homepage, deinen Namen, den Betreff und deine Nachricht. Äh, warum steht da unten eigentlich Butsch-Doppelpunkt? Was? Warum steht da unten unten eigentlich Butsch-Doppelpunkt? Na, beim FAQ. Da kannst du noch deinen, ähm, PC eintragen. Warum? Ist das von dem FAQ immer drin? Wenn du meinst, okay. Leute, hier seht ihr unsere Webseite, bevor ich's schon gesehen hatte. Aber, ja, ich nehm jetzt halt alles auf. Wir können auch gleich eigentlich nochmal, ja. Lass uns Werbung machen. Ja, gell? Ja, jetzt weiß ich gar nicht. Geht alle auf, ähm... Genau. Geht alle auf www.youtube-techt-tv.de.tl Geht das nicht eigentlich so? Homepage baukassen.de? Yo. Da hab ich auch noch eine alte drüber laufen. Ja, das hatte ich von Game of Blood LP. Also, ich glaub von Tim und Pasi. Ja, Tim ist eigentlich Game... Also, Tim ist eigentlich Haupt-Game of Blood LP. Der gehört dem Kanal. Ja, von denen hatte ich die Idee, die Webseite so zu machen. Meine... Meine alte drüber heißt mag-ich-dich.de.tl war das, glaub ich, oder so. Hey, 6 FPS. Ja, was soll ich jetzt eigentlich machen? Ja, richte den Keller irgendwie ein, weil das... Ja, wie einrichten? Was wollen wir überhaupt in dem Keller machen? Ja, das soll die Werkstatt werden. Werkstatt. Ja, wo die ganze... Dann würde ich's Rustika... Also, wenn ich einen Tipp geben darf, ich würde dann... Werkstatt eine Rustikala gestalten, irgendwie. Ähm... Aber ich würde zum Beispiel sowas wie... die Project Hedle würde ich oben lassen, weil ich... Ich hasse es... Ich hasse es ein, wirklich immer runter zu gehen, zu craften, wieder hoch... Oh, wieder runter, wieder hoch... Dann macht euch doch Warpdoors. Ist doch einfacher. Ja, viel Spaß. Ähm... Ja, ich kann's machen, ist einfach. Ja, viel Spaß. Ähm... Wie gesagt, viel Spaß. Kann ich grad wirklich herhauen? Nein! Hab ich's nicht! Hast du mich grad... Okay... Nein! Nein! Soll ich dir meine Hand geben, dann kannst du an ihn rächen. Nein! Ja, wär nett. Die ist voll overpowered, die Hand. Gechill du so, oder wie? Nein, da... Ich hab ja... Nein! Ich hab ja gestorben, als ich gestorben bin, war alles weg. Daher die Hand wird zurückgeholt, mit allen Sachen ich drauf hatte. Alter, du! Ich hab die gleiche Schaufel! Alter. Chill, 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 ich sterb gleich. Echt? Ja. Alter! Soll ich erst mit meinem Namen selber ankommen, oder was? Jupp. Oh, das Ding will ich mir auch richtig machen. Ey, wie, du sammelst was von mir ein? Ne, mein Nutter ist eh voll mit Kursstoff. Also mich kann heute keiner von euch killen. Heute. Warte. T slash kill. Ja, weil sonst noch meine Rüstung leer ist. Weil meine Rüstung leer ist. Deswegen sag ich heute. Wie heißt er noch mal? Warte. T slash kill. Das funktioniert nicht, dieser... Das funktioniert nicht. Vielleicht schon, als wird Tim ausprobiert. Das funktioniert nicht. Fuck! Ich sag doch. Ich hab's doch gesagt, das funktioniert nicht. Und Moritz macht es, Alter. Und Moritz macht es, Alter. Tja, man kann's doch probieren. Fest, Alter. Fest, Alter. Fest, Alter. Was ist das für ne Scheiß-Funktion? Wenn du slash kill eingebst, kannst du dann nachschreiben, was du willst. Was ist, da explodiert. Bisschen Sand. Komm gleich rüber. Ich komm, ich komm rüber, Alter. Ich stehe vorm Haus von euch, Alter. Wer explodiert? Der sprengt unser Haus. Komm her, Mann. Ich hab geschaufelt und die ist rot. Komm her, Mann. Ich hab ne Hand... Ich hab ne Plasma gar nicht vollgeladen. Was ist denn der eigentlich? Rechts sehen wir mal ein Haus. Aber vom Weg aus. Vom Weg aus kann man mich sehen, ne, John? Weg raus, okay. Oh, Fabi ist auch rein. Ich muss mal ein Schettpick wieder aufladen. Bei mir geht's mal. Dafür ne Kurztaste, um es zu sehen, oder wie? Was? Dafür ne Kurztaste, um es zu sehen. Was? Ob er noch voll ist. Äh, E. Und dann oben. Okay. Was ist das hier eigentlich auf dem Dach? Was denn? Warte. Ich komm kurz. Non-Energy Bridge. Hä, wo bin ich jetzt hingefordert? Oh, Mann. Energy Bridge. Ja, da ist für unsere ganzen Dinger noch alles angeschlossen. Da wir die kaputt machen. Sonst komm ich mit meiner Hand. Und... Habt ihr irgendwie noch Solar-Race-Deal nicht drauf? Kann ich kurz nachgucken, warte. Warum ist dein Haus ohne Dach? Ich kann euch, äh... 5 Flower-Deal anbieten. Block. Block 1, Block 2, Block 3, Block 4. Ja, das ist AKW. Das ist noch AKW. Zentralschalter. Darf ich den Zentralschalter ausmachen? Ja, passiert noch nix. Ist noch nix angeschlossen. Ich kann die... Ich kann die... Ich kann die... Ich... 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 Ah. Butch, halt mal die Fresse. Kurz. Jetzt kann ich ihn bewegen. Die kriegen die grad noch Solar-Race. Stell vor dir. Ja, ich... Hallo? Setz hin. Achso. Ja, ich musste grad... Haben wir nicht grad nur... Die rüberzipiert, weil ich nicht im Wasser stehen wollte. Achso. Ich muss noch kurz ins System gucken, oder irgendwas fehlt schon wieder. Ich lauf hier schon wieder nur mit 10 FPS rum. Hat er immer noch... Immer noch... Konstante 20. Immer noch konstante 10. Naja... 5. Nein. Ich glaub... Also wenn ich normal spiele, bin ich mit 10 nur rum. War 5 bis... Höchst des 20, weil ich nur scheiß laptop in... nur laptop spiele. Ja. Und... Da er jetzt dran gewöhnt, dass halt zwischendurch mal so ein bisschen hakt. Und bei mir das Gefühl, aufnehmen braucht mehr FPS als streamen. Hä? Aufnehmen braucht mehr FPS als streamen. Jo. Kann sein. Eigentlich können wir doch streamen und das, was wir gestreamt haben, können wir auf YouTube rüberziehen. Die Daten. Hä? Ja. Ja, geht das? Ja, das müssen wir nicht probieren. Wird der Stream zwischengespeichert oder wie? Ja, ja. Der wird auf Twitch gespeichert, den kannst du nur runterladen. Ja. Probier's grad mal aus. Wär eigentlich ganz witzig, weil da müssten wir nicht mal aufnehmen. Und... Das wär auch eigentlich ganz praktisch vor allem. Ich dachte mal, wenn die Folge zu Ende ist, weil ich muss noch was nachgucken bei Facebook bei mir. Äh... Jetzt haben wir 43. Okay. Wir könnten ja eigentlich gleich wieder Aufnahmepause machen. Mhm. Dann müssen wir jetzt auf Facebook nachgucken, weil ich schon wieder zehn Nachrichten habe. Ja, was juckt es mich? Ja, ich muss nur nachgucken, weil das war schon irgendwie... Vielleicht irgendwie... Und vergess er. Mit? Ich höre ihn nicht mehr. Sollte. Äh, was ist? Doch, er sucht da. Mit dem Wort hast du aufgehört zu reden. Komisch. Vielleicht ist irgendwann... Ich mein, vielleicht... Ich bin an meinen Hörer... Ich bin an meinen... Stecker kommen, wo es spielt, dass ich ausschalten kann, während ich rede. Ja. Ähm. Apropos, wo haben wir eigentlich unseren Query hin? Ähm. Ich weiß wo es. Hast du den Query? Äh, Quelle des... Ja, ich hab eine Marke gesetzt, aber... Wo ist denn der? Ja. So, dann will ich aber erstmal sagen, wir beenden kurz die Aufnahme. Äh, jo. Dann sehen wir uns. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.